Das ist ein ordentliches Feld. Du musst mit einer kompletten Füllung, Tankfüllung nicht ganz hin. Das glaube ich. Das ist doch sehr entspannt, du kannst einfach den Knopf gedrückt lassen und dann macht alles, was auf dem Feld möglich ist. Wusste ich? Nichts. Dann kannst du immer wieder Knopf gedrückt lassen und weiter nach vorne gehen. Sagt er mir halt jetzt erst. Ja. So schön, guck doch mal. Jetzt zieh hier so eine Vogelstrecke mit Jeepers Creepers. Oh Gott, oh Gott. Ja, nun. Ja. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ja, guck mal ganz kurz was. Ach so, ja, scheiße. Da brauchen wir drei solche Medaillen und 24 Rosen. Dann können wir die Garage wieder aufbauen für den Traktor. Garage aufbauen? Ja, ja, dass du die halt die Stufe drei von vier, also drei auf vier. Ach so, okay, ja. Mit Kapazität und alles so drin ist. Das können wir auch noch nicht. Nee, nee. Oh, warte mal. Hier, die Äppel sind fertig. Haben wir noch eine Quest. Ja. Ruhini ist fertig. Das auch. Guck mal, Äpfel haben wir schon mal. Aber ich kann dir ja trotzdem alle machen, bringt ja trotzdem Geld, ne? Oh, die Fische sind auch fertig. Na, guck mal an, jetzt läuft es doch langsam. Oh, hier ist noch was fertig, Quest-mäßig. Ja. Ja, die Schweine, die müssen mal ein bisschen, ja gut, eine halbe Stunde dauert das. Da dauert noch ein wenig. Oh, Maulbeeren, die brauchen noch ein bisschen. Hab ich gerade alle geerntet, aber ein paar brauchen wir noch. Ach, Landrassenschwein, ja, die brauchen wir noch, ne? Ja, wir haben 36 halt, aber dauert halt eine halbe Stunde oder irgendwie so weit, bis die halt fertig sind. Ja. Jedes Mal ist der Gönke. Eigentlich, eigentlich brauchen die Schweine nur 5 Minuten. Aber? So ein 5 Minuten Steak. Da war ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Ich dachte jetzt so, warum, ist das ein Bug vielleicht oder was? Nee. Er meint halt wirklich ein Steak. Ja. Oh, er könnte mal ein Bild mal weitermachen. Ja. Kann er. Und das klappt hier auch. Ja. Das Dorf, ja. 14 Minuten. Bei dem Bild. Ähm. Gibt es übrigens, da muss ich gerade mal gucken. Oh, wer denn das gewesen? Weiß ich nicht. Hm. Ach so, ich muss dich da, ich muss dich dran stellen. Kann ich gar nicht sehen, aber ich meine 45 Erfahrungspunkte gibt's da. Oh, nice. Oh, nice. Ich kriege Ressourcen. 20... Birnen werden benötigt. Zumindest alles, was in den Birnen-Kram drin ist. Ja. Also auch Bananen. Ähm. Komis. Ja. Ist echt. Und Kokos. Ja, Kokos auch. Und Aprikosen. Und Pfirsich. Seh ich gerade, hm. Ja, cool. Ja, nun. Hm. Oh, willst du Auberginen verkaufen gehen? Immer wieder? Alle fertig hier. Eieieiei. Na ja, dann äh. Mach ich mal ja. So. Er darf. Doch, gerade ob wir... Neu anpflanzen können wir die nicht, aber wir können dafür was anderes anpflanzen. Ja. Ochsen Tomaten oder sowas. Nee. Die brauchen eine Stunde und... Hm. Hm. Ich mach mal den Salat. Dass wir den ein bisschen leveln. Nein. Na bitte. Ja, können wir... Nee, brauchen wir 52 Eier. Ach ja, 8 Weiß. Oh nein, der Tank ist gleich wieder leer. Oh nein, oh nein. Ach. Ja. Genau. Bin wieder da. Kein Problem. Ja, gut. Ja, gut. Sehr gut. Ja. So, guck mal eine an. Ja, siehst du ja, geht auch. Ist doch super. Ja. Das ist ja ständig kein Sprit, ey. Das ist wild. Hm. Was ist hier noch drin? Oh ja. aber ja fast schon wieder hunderttausend das ist doch schon mal sehr gut ja und darauf an wie lange tank schon wieder leer das ist wild mein gott wollen wir gleich irgendwo in der tankstelle hin oder so was ich hab die aprikosenbäume komplett zu ende gepflanzt natürlich und und wir haben sogar noch was über nein haben wir nicht okay denkt nicht mal dran nein 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 puff weg wir besser einfach ein bisschen das fällt hier das ist schön machst du das ja eine Ja? So. So? Ja, so. Was ist so? So. Einfach mal so. Kann man doch mal machen. Was hat er wieder gemacht? Gar nichts. Na? Ich bin hier ganz normal am Pflügen hier und die Tunen machen. Mhm, deswegen wurde das Geld also weniger. Das ist ein Bucket. Keine Ahnung, was du hier redest du wieder. Eine Wüste-Unterstellung hier. Hier. Zu auffahren habe. Vielleicht. So. Scheiße hier. Das Geld jetzt aber auch. Ratzefatz wieder leer. Hm. Na, guck mal. Ja. Aber es benötigt halt wirklich nur Diamanten. Also das geht. Und halt so diese Linsen oder was ist da. Kann man machen. Hast du wieder was in den Pott geworfen? Nein, den Kochtopf? Nö. Ich habe jetzt auf mein Klavier gespielt. Ach so. Kochtopf? Nö. Kann man aber mal wieder was reinhauen vielleicht? Ne geht nicht. Sagen wir noch drei Minuten. Da bin ich mal gespannt was dann daraus wird. Oder wie das denn ist. Da haben wir noch eine Blumenwässer hier. Da bin ich auch gerade drüber. Die Linsen. Die Linsen. 90 davon okay. Was passiert eigentlich? Haben wir nicht, ne? Ne. Hm. Brauchen wir echt vier Medaillen. Weil ich will mal wissen. Dieser Futtertrog erhöht die Kapazität eines angrenzenden Tierfeldes. Ich bin ja gespannt ob das dann irgendwie schneller geht oder langsamer. Naja, das wäre natürlich nice to know. Das würde mich interessieren. Da ist ja ein bisschen die sich hier gerade. Ja, wir sind die. Der Lamban. Wir haben gar nicht jeder hier. Wir haben gar nicht jeder hier. Oh, schade. Ist noch nicht ganz fertig hier. Hier geht's nicht. Was bitte? Ne, ich rede gerade mit mir selber. Ach so. Das ist noch nie so funktioniert hier. Sieben Likes. Für was auch immer. Komisch, dass ich diese Anzeige nicht habe. Ja, echt komisch. Wo es eigentlich dein Spielstand hier ist. Kann man denn, also kannst du sehen, ob das auch irgendwie mehr Prestige bringt oder sowas. Diese mehr Likes, dass wir mehr Ertrag haben davon oder sowas. Ne, gar nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass es ja für diesen neuen Shop da. Ja. Zuständig ist, aber was er dann halt an das Ende bringt, keine Ahnung. Weil der kostet auch ein bisschen. Ich glaube 10 solche Diamanten oder hier solche Medaillen. Das ist jetzt nicht wenig. Können eigentlich andere unseren Bauernhof sehen hier? Weil das ja jetzt so ist, dass man zumindest anderen Spielern helfen kann mittels eines Shops. Also du kannst ja so ein Gästebuch Eintrag machen. Ha. Also theoretisch gesehen, ja. Also ich mache das mal hier oben hin, so ein Gästebuch. Ja. Oder in unserem Haus hin oder sowas, oder? Ja, gut klar, ja. Obwohl die joinen ja alle komplett bei der Bushaltestelle dann, wenn sie hier auf unseren Dings kommen, ne? Und wieder zurück. Ah, und wieder zurück. Obwohl andererseits ist natürlich das Haus. Wenn ich das recht überlege, dann könnte man eigentlich ja in die Scheune gehen und fragen. Ja. Stell es jetzt hier hin. Ja. Ja. Nee, warte. Eigentlich beim Bus. Weil das gibt ja eigentlich am meisten Sinn. Das kostet 40. 40 Mark. Ja. So. Einträge. Null. Äh, ist ja. Naja. Wunderschön. Die Hühner. Oh. Du kannst hier was abholen. Nicht ausreichend Futter, weil wir kein Getreide haben. Fuck my life. What? Oh, wir haben fünf Marmelade haben wir jetzt. Fünf Marmelade? Ja. Ja. Das jeweils in einer halben Stunde. Habe ich da eben rausgeholt, ja. Es geht. Weil du 20 Jahre brauchst. Guck nochmal. Äh. Ja. Du brauchst 20 Marmelade für zwei solche Medaillen. Ha. Äh. Das bedeutet in zwei Stunden. Zwei Medaillen. Hm. Ja. 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 Ich mein, ist passives Einkommen. Ja. Na klar. Natürlich. Pass auf jeden Fall. In Birnen wird ja sowieso generell viel gemacht. Und Äpfel und alles. Hier kannst du ja schon wieder nachschlagen. Also, das lohnt sich schon. Ist gar nicht so doof. Da bleib ich mal kurz bei. Bitte. Ja, bitte. Ach. Hm. So. Mal gucken. Aha. Oh ja. Wie schön. Brauchen wir. Ja. Auch. Okay. Ja, guck mal an. No. Ist es voll? Ja, ist voll. Ja, habe ich eben, habe ich eben reingepackt. Das sind zehn, sind 50 Gläser. Oh. 50. Ja, weil du durch eine Birne kriegst du ja fünf Gläser. Oha. Also sind es 50 Gläser. Ja, okay. Ja, okay. Ich meine, wenn du den halt wirklich voll machst komplett und dann nächste Aufnahme, dann sage ich jetzt mal. Ja. Am nächsten Tag hast du ja 50 Gläser. Kannst du zweimal abgeben, sind vier Diamanten, äh, vier und solche Medaillen. Ja. Ja, okay. Ich meine, das ist dann eigentlich schon gar nicht mal so doof. Ja. Ja. Aber geht ja alles weiter. Das sind dann zwei Sprengler. Ja, also. Eben. Ja, das gibt schon Sinn. Das war schon eine gute Idee. Ja. Ja. Ja.